willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier einen tieflader hier vorstellen den big tags wie es hier da steht in 22 g n strich ph kostet 12.000 300 euro kannst du auch hier kombinieren hier mit einem dolly ea steht einmal hier geschrieben wir schauen uns gute stück hier einmal an das kostet gleichwertste hier wie man sehen 2000 euro aufpreis und ja leasing hier 729 euro so ist jetzt einmal hier können uns den ja auch natürlich noch optimieren beispiel hier felgenfarbe kann man jetzt hier in rot nehmen haben wir so er finde ich ganz schick hier für 300 euro dann hier die hauptfarbe natürlich können wir uns auch anpassen weil ich würde mal sagen ich bleibe hier mal auf schwarz finde ich sieht echt super aus wir haben jetzt als kurz den kann man uns noch auf lang hier bestellen für 1500 euro aufpreis oder wieder hier kurz wir tun uns einfach den mal so werden wir nehmen doch lang dann hier kommen uns hinten noch eine anhängerkupplung ran machen wer es braucht würde ich mal sagen für 1500 euro dann haben wir hinten hier eine rampe 1000 euro dann noch zum ausklappen normal für einen aufpreis zu zahlen von 1800 oder hier komplett also wenn du hast jetzt so was hier wie ein ernte maschine mit drei rädern also wie die krimme dann ist als nächstes noch hier vorne normal zum anhängen also für nitscharken kann jetzt einmal so kaufen und dann so her also wir können den hier ja tun wir das sind mal abbauen und nehmen hier den so her einfach nur zu den motions zwecken natürlich so ich finde den jedenfalls super doll dann haben wir jetzt hier uns ein pick-up ich komme jetzt so her er braucht ein bisschen bis der los fährt schicke hupper hat auch na ach so ich bin zu weit weg absenken dass wir den hier anhängen können natürlich dann sehen wir jetzt hier wir können den so her super toll anhängen licht hier ups sind zu weit weg schmutzfänger wackeln schön funktioniert mal ganz gut rückfahrlicht bremslicht das ist normal licht dann können wir gleich jetzt unsere kupplung natürlich jetzt noch testen mal sehen können wir den hier hinten auch anhängen und jetzt kommen wir hier zu unseren hw 80 hänger ob man den auch dranhängen können seht mal hier funktioniert auch dann fahren wir mal so rüber na so hat man guten wendekreis stellen wir einfach jetzt mal hier so her dann testen wir jetzt dann gleich ah ja haben wir jetzt hier haben wir jetzt hier diese kupplung ok hat jetzt der hier so was ja er hat so was gut da können wir das einfach hier mit x so ausklappen dann schauen wir mal wie das rauffahren ist auf den hänger ja geht eigentlich relativ gut also wie man sieht man kann jedoch einiges hier transportieren so spanngurte haben wir hier auch wie man sehen schauen wir gleich ob der von außen hier andere optionen hat manchmal geht es doch hier dass man von außen hier das spiel die rampe zusammenklappen kann wir holen uns noch mal schnell einen kleinen lkw wenn wir jetzt hier vorne stehen schauen wir jetzt nochmal das ganze an also wir könnten so gesehen fast zwei lkw hier mit transportieren breit ist er auch wie man sieht also nicht ganz an der kante schauen wir mal wir können hier was machen aber was können wir machen ist jetzt hier optisch hier so nix also wir können nur also jetzt hier außen mal mit schauen wir mal so her wir können eigentlich hier nur spanngurte anbringen das spanngurte haben wir jetzt hier angebracht und das ganze können wir einfach nur zusammenklippen hier mit x dann hier wie wir sehen die lichter hier funktionieren ich finde jedenfalls den tieflader oder das ganz gut vielleicht ist es ja für euch ja auch was sehr interessantes dass man hier natürlich einiges hier transportieren können das ist auf alle fälle finde ich sehr wichtig wenn man jetzt eine großkarte hat man hat jetzt die Maschinen die was jetzt sehr langsam sind und man muss die jetzt von A nach B bringen finde ich jedenfalls sehr toller Mod ja wenn dir hier natürlich das Video gefallen hat würde ich mich natürlich freuen wenn du hier reinschaust hiermit sage ich Servus Grüß Euch Euer Franz